Hallo zusammen, ich möchte euch den neuen LaserWRT erklären. Der neue LaserWRT ist unser sehr sportlicher Multi-Turn-On-Pis-Ski. Das ist eine gute Kombination aus einem Slalom-Rennski und einem traditionellen Riesenslalom-Ski. Das bedeutet, der Ski ist sehr schnell, sehr spritzig, aber gleichzeitig ist es sehr laufruhig. Wir haben in diesem LaserWRT eine ganz neue Technologie eingebaut, die Technologie aus dem Rennsport, das ist die CPT-Technologie, das ist eine spezielle Carbon-Verstärkung, die wir im Bindungsbereich positioniert haben. Und diese spezielle Verstärkung agiert wie ein Vielbogen. Das bedeutet, je mehr man den Ski belastet, desto mehr den Ski beschleunigen wird die Endkurve. Das bedeutet extrem viel Fahrspass bei jeder Kurve. Gleichzeitig hat der Ski die CSC-Carbon-Verstärkung, das ist ein sehr einzigartiges Carbon, Teil, der ermöglicht, dass der Ski extrem laufruhig wird. Das bedeutet, wenn man schnell fährt, flattert der Ski nicht und bleibt sehr ruhig, sehr präzise. Also ein extrem sportlicher On-Pis-Ski, sehr spritzig, sehr laufruhig für Skifahrer und Skifahrer, die sehr gern schnell unterwegs auf der Piste sein möchten.